Gestern wurde es mir wieder mal vorgeworfen unter einem meiner Videos, ich mache Werbung. Hab dann kommentiert, dass das nicht so ist, egal, kam nicht an. Der Vorwurf steht weiter im Raum. Mache ich Werbung und ich kann nur eines sagen, heute definitiv ja. Ich mache Werbung hier auf dem Kanal, ich rauche nicht. Ich mache Werbung für meinen neuen YouTube Channel. Random Sherlock, ich lade euch ein ins viktorianische London. Random Sherlock, alles rund ums Thema Sherlock Holmes. Wem das interessiert, willkommen in meinem Pub. Ab Mittwoch geht es los, Mittwoch 16 Uhr und ab dann wöchentlich. Einmal pro Woche ein neues Video, immer Mittwoch 16 Uhr, der Release des aktuellen Videos. Hier auf Random Sherlock. Original-Kanon, natürlich auch ein paar andere Geschichten. Original-Geschichten rund um Sir Arthur Conan Doyle und überhaupt viktorianisches Zeitalter bzw. die Zeit, in der Sherlock Holmes, in dem Original-Kanon in London gewirkt hat. Wollt ihr da mehr davon wissen? Ab auf YouTube, hier unten in den Kommentaren ist der Link zu meinem neuen Kanal. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vor allem Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr die Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist. Ich freue mich auf Mittwoch. Schaut vorbei, macht es gut bis dahin. Tschüss.